Ja Leute, jetzt kommt der Talent hier. Ja, früher war doch der Blaue, jetzt ist nicht mehr der Blaue. Ein Vierteiliger diesmal. Ja Leute, und ich war heute im Krankenhaus, weil ich musste meinen Opa besuchen. Ja, der ist leider im Krankenhaus, Leute, ihr wisst doch, der Opa, ihr kennt den ja wohl, mit dem ich ja die Züge immer gefilmt habe, in Furnitz und überall Leute. Und er ist im Krankenhaus, ohne Scheiß. Gerade, ja, am Montag, also den, guck mal ganz kurz nach, am Montag, den 9., da ist er, also 9. Juli, äh, Juni, da ist er eingeliefert worden, also nicht eingeliefert worden, aber da hatte, er hatte irgendwas, und ja, das will ich jetzt nicht sagen, ich will jetzt nicht zu viel verraten, er hatte irgendwas Schlimmes, hoffentlich geht's ihm mal besser, er ist noch immer nicht zu Hause, aber bald, und dann gehen wir wieder, Leute, und haut rein, und tschüss!